Ich bin Anita Farke und spreche die Exoda Blog News. Marktbericht. Neue Fantasie an der Nasdaq. Die Nasdaq-Börse hat in den letzten Wochen eine bemerkenswerte Phase des Wachstums und der Innovation erlebt. Getrieben von einer Reihe positiver Unternehmensnachrichten und makroökonomischer Indikatoren hat der Index neue Höhen erreicht und gleichzeitig das Investorenvertrauen gestärkt. Einer der Haupttreiber dieses Wachstums war die Technologiebranche, die weiterhin immense Gewinne und zukunftsweisende Entwicklungen verzeichnet. Ein bemerkenswertes Ereignis war der sprunghafte Anstieg der Aktien von Tech-Giganten wie Apple, Microsoft und Alphabet. Diese Unternehmen haben jüngst beeindruckende Quartalsergebnisse vorgelegt, die weit über den Erwartungen der Analysten lagen. Apples Umsatz er beispielsweise im zweiten Quartal 2024 fast 100 Milliarden US-Dollar, was nicht nur die Fantasie der Investoren beflügelte, sondern auch die verschiedenen Indizes nach oben trieb. Technologietrends treiben die Märkte an. Ein Schlüsselfaktor für diese Dynamik war die anhaltende Innovation in Bereichen wie künstliche Intelligenz, KI, Cloud Computing und erneuerbare Energien. Unternehmen wie Nvidia und Tesla haben erhebliche Fortschritte im Bereich der KI gemacht, was zu neuen Anwendungen und Partnerschaften führte. Nvidias neue KI-Chips sind laut internen Prognosen bereits in der Lage, die Leistungsfähigkeit bestehender Systeme zu vervielfachen. Dies hat zu einem massiven Anstieg des Aktienkurses geführt, das Interesse institutioneller Anleger geweckt und neue Projekte ermöglicht. Des Weiteren haben Cloud Computing-Dienste, angeführt von Amazon Web Services und Microsoft Azure, einen starken Beitrag zur Marktdynamik geleistet. In einer Zeit, in der immer mehr Unternehmen auf digitale Transformation setzen, sind diese Dienste zu unverzichtbaren Komponenten geworden. Das Wachstum in diesem Bereich scheint ungebrochen, was auf die stetig steigende Nachfrage nach datenzentrierten Lösungen zurückzuführen ist. Makroökonomische Indikatoren und Anlegerverhalten tragen nicht nur zu den Unternehmensnachrichten, sondern auch erheblich zur Marktstimmung bei. Der jüngste Bericht des Bureau of Economic Analysis, BER, zeigt ein solides BE-Wachstum von 3,5% für das zweite Quartal 2024. Diese positive wirtschaftliche Entwicklung stärkt das Vertrauen der Investoren und schafft ein günstiges Umfeld für weitere Investitionen in Technologieaktien. Ein weiterer wichtiger Faktor war die Entscheidung der US-Notenbank, die Zinssätze unverändert zu lassen. Diese Entscheidung wird als ein Signal gewertet, dass die FED die derzeitige wirtschaftliche Erholung als nachhaltig einschätzt und keine Notwendigkeit sieht, die geldpolitischen Zügel anzuziehen. Beispielsweise wird die aktuelle Debatte um Datenschutzgesetze und die Regulierung von Kryptowährungen genau beobachtet. Viele institutionelle Anleger setzen daher auf eine diversifizierte Strategie, um ihre Portfolios gegen mögliche Volatilitäten abzusichern. Neben Technologieaktien sind Sektoren wie erneuerbare Energien, Gesundheitswesen und Kommunikationsdienste besonders beliebt. Dieser Text ist bereits auf Deutsch. Wenn du möchtest, kann ich ihn in eine andere Sprache übersetzen oder andere Änderungen vornehmen. Lass es mich wissen. Danke fürs Zuhören. Denk immer an eine möglichst nette Bewertung, um uns zu unterstützen. Zuhören. Zuhören.